Wenn wir den richtigen Zeitpunkt erwischen, bringt uns der Schwung durch die niedrige Schwerkraft. Chief, wenn der Sprengkopf erst scharf ist, haben wir nur sehr wenig Zeit, um von hier zu verschwinden. Und endlich stehst du vor. Da geschieht etwas. Unter dem Erzeuger baut sich ein Hyperraumereignis auf. Er fährt ihn hoch. Der Didaktiker hat sich im Erzeuger verbarikaliert. Der Sprengkopf nutzt uns rein gar nichts, wenn wir die Barriere nicht verbrechen können. Suchen Sie ein Terminal für mich. Ich werde etwas tun, was Ihnen nicht gefallen wird. Was hast du da getan? Ich habe die vom Wahnsinn befallenen Teile meiner Personlichkeit in die Schiffssysteme abgestoßen. Wenn ich das bei jedem dieser Strahlen mache, können diese Kopien die Abschirmung des Erzeugers durchbrechen. Bereit machen. Bereit machen. Bereit machen. Bereit machen. Das war's. 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 Das war's.